Obacht! Hörtest! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Langer Hörgeräte, dem Fitnessstudio für Ihre Ohren. Wir möchten Ihnen heute das Spektrum des menschlichen Gehörs zeigen und Ihnen die Möglichkeit geben zu testen, ob Ihre Ohren noch altersgerecht funktionieren. Der Bereich, in dem der Mensch Töne wahrnehmen kann, nennt sich Hörschall und beschreibt die Frequenzen zwischen 16 Hertz und 20.000 Hertz. Alles darunter ist Infraschall und alles darüber Ultraschall, die für Menschen nicht wahrnehmbar sind. Das menschliche Gehör wird im Laufe unseres Lebens zusehends schlechter, per Dekade um etwa 2000 Hertz. Warum das so ist, das erkläre ich in diesem Video. Nun aber zum Hörtest. Starten wir also am oberen Ende der Skala mit 20.000 Hertz. Wenn Sie diesen Ton hören können, dann sind Sie 5 Jahre alt oder jünger und sehen vermutlich gerade nicht dieses Video. Um 18.000 Hertz wahrzunehmen, sollten Sie unter 10 Jahre alt sein. Wenn dieser Ton mit 16.000 Hertz kein Problem für Sie darstellt, dann sind Sie vermutlich unter 20. Alle unter 30-Jährigen sollten hier bei 14.000 Hertz noch was hören können. 12.000 Hertz sollten Sie noch wahrnehmen können, wenn Sie unter 40 sind. Mit 50 plus ist bei 10.000 Hertz Schluss. Und wenn Sie weder den 8.000 Hertz Ton noch den 6.000 Hertz Ton hören können, dann sollten Sie einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder Akustiker aufsuchen, um einen umfassenden Hörtest zu machen und früh genug einer beginnenden Schwerhörigkeit entgegenzuwirken. Wir hoffen, Ihnen hat unser heutiges Video gefallen und Sie lassen uns einen Kommentar, ein Like oder, wenn Sie richtig gut drauf sind, sogar ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, bleiben Sie hörfit!